Hallo, ich bin Carsten bei Felbert und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ich bin Carsten bei Felbert und ich bin Carsten bei Felbert und ich bin Carsten bei Felbert. Ich bin Carsten bei Felbert und ich bin Carsten bei Felbert. Ich bin Carsten bei Felbert in der Elfringhäuser Schweiz unterwegs, diesmal mal wieder ein bisschen mehr Richtung Felbert. Und zwar startet diese Tour im Deilbachtal oder am Deilbachtal und ich bin diese Tour schon mal gegangen. Ich habe damals auch ein Video gedreht, aber irgendwie habe ich aus irgendeinem Grund statt auf Kopieren auf Löschen geklickt. Und dann waren die Aufnahmen alle futsch. Es ist eine etwas kürzere Tour mit acht Kilometern. Ich habe heute Nachmittag noch ein bisschen was vor, habe also nicht ganz so viel Zeit. Aber das Wetter ist schön, also bin ich raus und habe mir dann halt eine kurze Tour ausgesucht. Solche Lichtspiele früh morgens im Wald, die liebe ich ja. Musik 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 Na die Bank hat auch schon eindeutig bessere Tage gesehen Musik Man merkt doch, so langsam zieht der Herbst ein So, die ersten Blätter werden dann jetzt doch langsam mal braun oder gelb Ich bin jetzt im Dallbachtal wieder zurück Ich mache jetzt die Kamera aus, weil die restlichen paar hundert Meter gehen über eine Straße, sind nicht mehr so spannend Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020